Sind wir drauf? Hello Party People, I want to say what in English, because he speaks English, only English, yes? Also für alle diejenigen, für die Omas und Opas, die hier zugucken, ich spreche zwischendurch in Englisch, weil der junge, attraktive Unterfierziger hier... Nein, Oberfierziger! Hör auf zu erzählen. Der Unterfierziger, der spricht, du kannst aber gut Deutsch verstehen, hör mal. Ihr Lieben, ich melde mich nochmal hier von dem Treffen, was ist das für ein Treffen? DJ Hitparade, genau, Branchentreffen. Man ist so viel unterwegs, man ist only over the world today. Wer ist? Also, ich habe jetzt hier die Organisatoren, unter anderem von den Söhnen Mannheims. Habe ich das richtig verstanden? Mitgeleid! Ich wollte erst hallo zu dir sagen und danke zu Gina und zum Sunny. Ich heiße Metaphysik, ich bin ein Mitglied des Söhnen Mannheims. Haben wir in diesem Laden, wollte ich sagen, in dieser Saal vorgestern gespielt, war total voll. Und ich wollte nur hallo zu Alex. Heißt ihr Alex? Alex, ja. Hi Alex. Komm, wir machen was zusammen mit Söhnen Mannheims. Wir wollten definitiv collaborations machen mit Gina. Wir wollten Partys machen. Wir wollten, dass Musik und Kultur und Kunst lebt. Wir sind Artikel, und wir wollen es leben. Ich hoffe, dass wir mit euch in der nächsten Zukunft arbeiten. Und für alle, die das hier sehen, wir lieben euch! Also, für all diejenigen, die das jetzt nicht verstanden haben, die sollten sich das von jemandem übersetzen kann, der Englisch kann, ja? Also, einfach mal übersetzen lassen. Es war total nett, freundlich, ein Mitglied von den Söhnen Mannheims. Möchte mit Alex Christensen was machen und, was noch viel besser ist, mit mir, verstehst du? Mit mir. So. Und da bin ich total froh, ich bin total, nee, auf Englisch sagt man... Ist das offen? Nein, ich hab nur Cola Light getrunken. Ich bin halt so. Ich bin halt so. Ihr Lieben, schaltet doch später nochmal ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut, wie man hier sagt. Und wie sagt man das bei dir? Hau rein. Hau rein. Das ist Kevin, ein Kunstler von mir. Sagt was zum Ende. Hallo Kevin. Öffnet die Grenzen, überschreitet neue Genres, versucht zusammen zu arbeiten. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, aber versucht es. Ihr könnt nur das meiste rausholen. Das waren tolle Worte und jetzt gehe ich nochmal was essen. Bis gleich. Tschüss. Dankeschön. typisch. Musik Untertitelung des ZDF, 2020